Stridor ist ein spezielles Geräusch beim Atmen. Und zwar bedeutet das, dass die Luft an einer engen Stelle vorbeigeht, dann in Schwingung gerät und dann ein Atemgeräusch auftritt. Und wenn das während Ein- oder Ausatmung besonders laut ist, dann sprechen wir Kinderärzte von Stridor. Das bedeutet, wir haben eine untypische Engstelle im Bronchialsystem und bei Oesophagus-Adressie ist das in aller Regel die mittlere Luftröhre. Nicht unbedingt der Bereich, wo die Operation stattgefunden hat, kann auch direkt daneben sein, weil die Luftröhre dort eben einfach weich oder eng ist. Die Luftröhre